So, da sind wir auch wieder zurück, bei Rising World. Eben nochmal Salat geerntet. So, ich hoffe es ist jetzt auch hell genug, ich weiß es gerade nicht. Ob es wieder morgens ist oder so, aber ich habe irgendeinen Hahn gehört, Kikiriki. Der wahrscheinlich auch gerade gehört, dass wahrscheinlich immer das Zeichen des Morgens ist. So, ähm... Das packe ich mal wieder hier rein, die brauche ich glaube ich gerade nicht. Was wir aber machen müssen, ist denn diese halben, nochmal ein bisschen mehr. 64, ich weiß nicht wie viele. Gucken mal. Du, 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 du. Aha, so geht das denn also. Hallo, mal schauen, ein bisschen haarknig, ne? Ja, bis hier ist richtig, gut. Ja, wir brauchen noch mehr, auf jeden Fall. Zu und wieder alle, du, du, du. Aber, ob dann nochmal 64 reichen würden, das weiß ich nicht. Vielleicht machen wir nicht zu viele. Manchmal mache ich nicht zu viele. Aber jetzt mache ich wahrscheinlich immer wieder zu wenige, ne? Das ist auch, das ist dann auch nervig. Naja. Obwohl, hier sind wir ja schon. Oben macht das ein bisschen komisch. Ich mache auch alles richtig hier, aber ich hoffe, ja schon. Hallo. Okay, sieben Dinger, ne? 49, dann brauchen wir gleich noch 45, wenn mich nicht alles täuscht. Ich möchte ja eigentlich auch immer nur so viele bauen, wie ich habe oder wie nötig. Das kann man so machen, ja. Den Stein, den ich mitgenommen habe aus der Kiste, der ist auch jetzt schon wieder fast leer. Aber naja, gut, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Das dauert auch, Matamata, so ein bisschen hakelig, ne? Ich will mich auch nicht unbedingt verbauen. Ist auch schlecht zu sehen, weil da unten auch noch die Wand ist... Bisschen komisch für den Kopf. Hä? Hab ich mich um einen verbaut, oder was, oder...? Hä, eigentlich müsste das doch 49 gewesen sein. Ich will mir eben hier einen vergessen. War irgendwo noch ein Loch, oder so, keine Ahnung. Wo ich einen unfassbaren baue, habe ich da noch... So, das sind das Badezimmer scheinbar. Na gut, die anderen Räume passen dazu noch nicht so gut, aber naja. Okay. Jetzt brauchen wir auch schon mal Licht, ne? Das brauchen wir auch. Licht war auch hier auch ganz nett. Was haben wir denn hier? Leuchtstoff, Röhre, Lampe, 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 sowas ist doch ganz nett. Das gibt es auch im... achso. Tischlampe. Das ist auch nicht schlecht. Kronleuchter. Goldstab. Gold haben wir ja nicht. Ja, was wollen wir nehmen? Wollen wir eine Lampe, weiß? Oder... diese hier? Oder sowas? Muss man alles mögliche hier mal rauskramen. Ich weiß nicht, was wir gerade alles brauchen. Ich nehme mal alles hier. Leuchtstoff, Röhren mache ich mal. Wolframstab. 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 So. Ein paar Glühlampen hier. So, Lampe, weiß, könnten wir machen. Gut, die heißen öfter mal so, hier, ne? Oder die. Müssen wir mal testen. Diese hier. Oder diese hier. Die ist nicht unbedingt. Ah, das ist so ein Ding. Das passt, glaube ich, nicht unbedingt. Spare ich mir vielleicht nochmal auf. Das Ding ist das hier. Das könnte passen. Ist so ein bisschen so ein Schwimmbadcharakter. Das könnte passen. Das Ding. Eine Wand. Ja, ist auch nicht schlecht. So, wir haben noch ein paar Glühdinger hier. Oder sowas, ne? Das passt auch alles nicht so. Im ersten passt doch wahrscheinlich diese hier. Eins, zwei, drei, vier, mhm. Drei, sechs, neun, zwölf, fünfzehn, siebzehn. Und noch ein bisschen. Irgendwo so hier. Ach, ist doch egal. Ja, gut. Aber vielleicht brauchen wir trotzdem noch diese anderen Dinger. Noch zusätzlich, ne? Wo waren die denn jetzt? Wo waren die das? Diese hier, hm. Machen wir mal die beiden. Eisenplatten, okay. Glühlampen, achso, na gut. So. Jetzt renne ich mir mit allen möglichen Sachen hier rum, ne? Jetzt habe ich auch nur zwei von denen. Boah, ich weiß das nicht, du. Ich will da nicht mal irgendwo hin, du. Ich will da nicht mal irgendwo hin, du. So, da kommt die da hin. Die kommt hier hin. Hier noch eine. Ach, zu. Vielleicht noch so eine andere hier. Wie war die noch mal? Noch so eine. Ja. Kommt hier noch mal ein hin. So, den ganzen Gedöns, den packe ich noch mal wieder rein. Ich will da noch mal wieder rein. Achso. Wolfram, Dings, da habe ich gar nicht im Moment. Okay. Okay. Müssen wir mal eben ein paar machen, du. Eisenplatten auch. So. Hallo, der packt es manchmal auch ein bisschen komisch. Nexplatten auch ein bisschen komisch. Next bug in coming. Nein, weiß ich nicht so. Aluminiumstab haben wir auch noch. Äh. Okay. Achso, hier ist es noch. Hm, wo packen wir denn den ganzen anderen Scheiß rein? Die Lampen und so. Das weiß ich gar nicht. Eigentlich halt dann hier vielleicht. So. Aber jetzt müssen wir mal gucken hier. Was haben wir denn noch alles hier? Ach ja, noch ein bisschen... Fenster drin. Hm. Tische. Nee, das passt da natürlich gar nicht. Deckenventilator. Eisenstab. Okay. Jagd-Trophin. Okay. Okay, denn wahrscheinlich nur... ...Badezimmer-Sachen. Oder Lüftungssachen. Nee, kann man auch machen. Das brauchen wir alles. Aber alles mit Eisen, doch. Achso. Ich muss mal verschiedene Sachen nehmen. Okay. Eine Menge, Menge Eisen. Und ein paar Eisenstäbe, meine ich mal. Toilettenpapierhalter. Waschbecken nehmen wir, glaube ich, das da. Ich weiß es nicht genau. Heizung. Das habe ich auch. So ein Ding. So ein Ding, doch. Vielleicht nehmen wir aber... Ach, ich brauche nur mehr Eisenplatten. Na gut. Was habe ich jetzt? Diese... Welche Heizung habe ich denn jetzt? Diese hier. Welche noch die haben? Ja, aber... Vielleicht brauche ich mal noch eine davon. Ich weiß es nicht. Damit es auch schön warm drin ist. Eine Dusche kannst du ja nicht machen, glaube ich. Wo mache ich denn das Scheiß aus? Hier. Kann ich das auch benutzen? Ich weiß es nicht. Vielleicht braucht das noch eine... Na, Kanalisation kann man auch noch einmal machen, vielleicht. So, scheiße Papier brauche ich dann natürlich auch. Das ist aber ganz schön groß hier, ne? Das gibt ja gar nicht so viele Sachen. Na gut, vielleicht kann man sich noch ein bisschen was ausdenken. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich auch noch mehrere. Ich habe noch keine Ahnung. Ist das Waschbecken? Gut, hier hinten kannst du vielleicht mal so ein bisschen Wäsche aufhängen. Oder so. Das trocknet da aber sowas auch ganz nett. Damit es auch nicht zu warm, äh, nicht zu kalt ist, ein bisschen, ein bisschen Heizung machen. Gut, das andere war auch eine Heizung, klar, aber... Hier nochmal. Ja, gut. Sieht echt wunderschön aus. Ja, gut. Müssen wir uns mal überlegen, was wir dann auch nochmal hier reinmachen können. Poster passen hier auch nicht so. Ich weiß es nicht. Immer eben was trinken und was essen. Die Tomaten braucht da ein bisschen mehr. Naja, wenigstens hat der Hahn gekriegt, wa? Also wird es gerade dunkel scheinbar. Ich weiß es nicht. Ich würde eigentlich sagen, wenigstens haben wir da ein bisschen was drin jetzt. Ja, da hat auch was Schönes drin. So, bitte. Okay. Wie ich immer an den falschen Kissen gehe, ne? Jetzt haben wir aber viele, viele Stäbe da. Immer das Holz. Okay, na gut. Das war erstmal das Badezimmer. Zu grob. Hier ist ja nicht ganz so schlecht. Aber ich weiß nicht, was man da noch reinmachen kann. Müssen wir uns nochmal überlegen, oder ich? Besser gesagt, ich muss... Mir ist ja mehr überlegen als ihr, sag ich mal. Ist doch viel zu groß eigentlich, ne? Und hier ist ja dann die Küche. Ja, die Küche, die ist dann natürlich schon interessanter. Da kommt natürlich noch ein bisschen mehr rein, als das Bad. Ich weiß nicht, ob man noch ein bisschen tricksen kann, dass man dann so eine Art Dusche macht, oder so. Keine Ahnung. Oder eine Badewanne, das gibt es glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt leider nur diese Sachen. Gut, Fenster brauche ich natürlich nach wie vor. Geländer, Lüftungsabdecken. Ja, muss man mal sehen. Und hier haben wir auch nichts Besonderes, glaube ich. Also es könnte ein bisschen mehr geben hier, ne? Ehrlich gesagt. Das ist nach wie vor noch nicht so viel. Dann gibt es ja die ganzen Lampen. Und das sind ja die ganzen Blöcke. Also so viele Sachen gibt es nun auch nicht. Ich habe aber auch keine Werkbänke vergessen. Ne, eigentlich nicht. Okay, dann würde ich sagen, aber wir sehen uns in der nächsten Folge, Weising World, wieder. Und dann geht es hier weiter. Während ich nochmal pendeln, ist es hoffentlich nochmal morgens. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.